So, wir haben jetzt Haustürabholung mit der AIDA, fahren jetzt nach Hamburg, werden mit dem Taxi, werden wir abgeholt und fahren jetzt schön nach Hamburg. Matthias, freust du dich? Unglaublich, ja. Unglaublich. So, dann steigen wir ein. Ich bin der Hubert, ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos und unten auf Gefällt mir drücken und dann seht ihr die weiteren. Bis dann, ciao.